Seit einem Monat regnet es in München. Am 15.09. hättest du deinen Termin, kannst du. Ich wurde heute bei der Arbeit gefragt, ob ich nicht vielleicht ins Fernsehen will. Yo, das ist ein neuer Hyundai Ioniq, oder? Ah, wie fangen wir dieses Video an? Erstmal guten Morgen YouTube, wie geht es dich an diesen wunderschönen Tag? So, ich bin komplett aus der Übung, wie man ein Video macht, weil ich seit einer halben Ewigkeit kein Video gedreht habe. Also, no joke, es ist safe, einen Monat, ja doch, doch, einen Monat safe ist es her, dass ich ein Video gemacht habe. Von daher nimmt es mir nicht übel, wenn ich absolut gar keinen Plan habe, wie das funktioniert. Warum ich so lange keine Videos gemacht habe, hat mehrere Gründe. Hauptgrund Nummer 1, ich weiß, ich schiebe es ganz oft darauf. Oh, die sind das für Blinker? Okay, kann man machen. Hauptgrund Nummer 1 ist das Wetter. No joke, Jungs, seit einem Monat regnet es in München. Also, es ist nicht möglich, ein Video aufzunehmen seit einem Monat oder so. Ich habe ja auch mal gesagt, dass ich nicht jede Fahrt, die ich mache, aufnehme. Das liegt halt daran, dass ich gerne für mich selber fahre. Und wenn es nun mal 8 Tage durchregnet in München und dann ein Tag schön ist, dann nehme ich mal diesen einen Tag und fahre für mich rum. Und wenn es dann wieder regnet, kann ich halt keine Videos machen. Klingt... Ist es auch. Und jetzt haben wir eine Woche Sonnenschein in München. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. Also, das ist jetzt wirklich... Ich glaube, wir hatten bis jetzt zwei Wochen Sonnenschein. Und jetzt haben wir eine Woche durchgehend. Aber bei 20 Grad halt nur. Für mich halt super, weil es ist ultra angenehm. Aber es ist halt nicht Sommer, den wir in München hier hatten. Ich weiß, bei anderen ist es auch so schlecht. Ich kann halt nur von hier bereden. Und das war kein Sommer, den wir dieses Jahr hatten. Also ohne Spaß. So, das Hauptthema. Davon wollte ich reden. Jetzt kommen aber wieder ein bisschen aktueller Videos, weil es halt lang jetzt Sonnenschein wird. Und ich versuche so viel wie möglich aufzunehmen. Einfach, dass ich was habe. Dass ich nicht dieses Jahr 10 Videos noch hochgeladen habe. Ansonsten, worüber kann ich noch reden? Über meinen Führerschein. Ich weiß, für euch in jedem Video geht es sagen, dass ich über meinen Führerschein rede. Es ist aber halt schon ein Monat her, seitdem es das letzte Update gab. Und zwar vor einem Monat oder so schreibe ich meinen Fahrlehrer an. Ich so, grüß dich, servus. Du hast mich bestimmt nicht vergessen. Es scheint aber ganz stressig zu sein, oder? Was kommt als Antwort von ihm zurück? Wir hatten einen Termin für dich, aber wir konnten dich nicht erreichen. Und deswegen haben wir den halt dann abgesagt. Das hat er mir auf meine Nummer geschrieben in WhatsApp. Also, er hatte einen Termin und konnte mich nicht erreichen. Und das hat er mir geschrieben. Bro, auf jeden Fall, du hast ganz hohe Priorität. Du stehst ganz oben an der Liste. Der nächste Freitermin ist dann für dich. Gut, dachte ich mir, dann kann es ja nicht lange dauern, wenn ich ganz oben auf der Liste stehe. Ein Monat vergeht. Digga, er meldet sich einfach nicht. Das war gestern. Ich war beim Kollegen und ich habe ihm noch gesagt, so, yo, der Fahrlehrer meldet sich einfach nicht mal. Ich sitze seit einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich mich angemeldet für diesen Schein. Und ich habe es bis heute noch nicht hinbekommen, auch nur eine einzige Fahrstunde zu machen. Hat er mir gesagt, so, ja, du weißt doch, wie er ist. Er hat wahrscheinlich echt keinen Bock auf dich. Und wenn man vom Teufel spricht, schreibt er mir eine halbe Stunde, nachdem ich dieses Gespräch hatte, am 15.09. hättest du deinen Termin, kannst du. Ich glücklicher als jedes Kleinkind, natürlich gleich geschrieben, yo, geht klar, komm, lass machen. Einzige Problem ist, ich habe nur eine Fahrstunde davor und ich muss diese Grundfahraufgaben lernen. Und ich habe so viel Angst vor diesen Grundfahraufgaben, weil ganz ehrlich, welcher ist auf die Idee gekommen, dass man lernen muss, wie man in Schrittgeschwindigkeit Slalom fährt. Ich fahre jetzt zwei Jahre aktiv, wirklich, gefühlt jeden Tag. Und ich musste noch nie in Schrittgeschwindigkeit Slalom fahren. Warum soll ich sowas lernen? Aber ja, das Update zum Führerschein. Digga, irgendwas ist gerade... Bro. Jetzt ist das an meinem Visier gestorben, Mann. Jetzt verschmiert alles. Oh Mann. So viel zum Thema Führerschein. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich auch eigentlich mal den A-Schein habe. So, das Thema haben wir jetzt auch, mein Führerschein. Ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Ich wurde heute bei der Arbeit gefragt, ob ich nicht vielleicht ins Fernsehen will. Also ich habe einfach draußen ein bisschen gechillt, weil nichts los war bei mir im Laden. Einfach ein bisschen frische Luft, ein bisschen die Sonne genießen. Kommt auf einmal irgendeine zu mir, fragt mich, hey, wie alt bist du? Und ich sage 26. Ja, das würde passen. Du siehst genauso aus wie jemand, den wir fürs Fernsehen bräuchten, für Sky. Ich habe einfach angefangen zu lachen. Dann hat sie auch angefangen zu lachen, weil ich, wir sind beide nicht darauf klargekommen, auf diesen Spruch, den sie da rausgelassen hat. Aber ich bin halt mega, ich habe gesagt so, nee, ich bin nicht fürs Fernsehen gemacht, hin und her. Dann hat sie so, ja, alles gar kein Problem. Ich wollte nur mal anfragen. Und danach dachte ich mir so, yo, was ist das eigentlich für eine Aussage? Du siehst aus wie jemand, den wir fürs Fernsehen bräuchten, für so eine Show bei Sky. Ach, ich habe gar keinen Bock in die Stadt zu fahren, Junge. Ich bin nach Hause. Ja, ich habe jetzt ein bisschen schon was erzählt. Video wird schon auf seine 5 Minuten kommen oder wie lange auch immer meine Videos sind. Das ist eingetragen gewesen. Yo, das ist der neue Hyundai Ioniq, oder? Ah ja, Ioniq 5. Brutal geil ist das Auto, Digga. Das sind die Grünen. Yay. Ich will gar nicht drüber reden, bevor ich hier irgendein politisches Fass aufmache. Ich kann eh nicht wählen, Digga. Von daher. Oi, sch*** Boys. Mal schauen, wie die Leute reagieren, wenn sie den Krankenwagen hören. Okay, der fährt über die Sch***. Bräuch, ihr seidenspiegel, die sind größer als mein Kopf. Und dann habt ihr nicht gesehen, dass der Typ auf den Schienen unterwegs ist. Na ja, YouTube, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt das Video, oder? Jetzt ist auch was passiert. Ich hatte was zu erzählen. Gutes Video auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, wenn es dir gefallen hat, Kommentar, Daumen hoch, abonnieren, bla bla bla. Und dann stehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla.